hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge seasons ja der julian ist mit dabei wie ihr oben sieht es steht wieder da 01 frühlingsanfang ganz normal man denkt sich so man kommt auf den server alles wird hier alles wunderbar man dreht sich um und die stelle sind weg die heilen sind weg ist alles weg außer dieses gebäude hier die fahrsilos und die von uns platzierte halle da oben also na gut dachte ich mir gut vielleicht zünkt es ja noch zehn minuten sieht immer noch so aus ja hat sie daraus die voll die woche leider kein seasons weil wir erst die alte version wiederholt müssen habe ich zwar ein backup gemacht aber bis ich das wieder installiert haben und so dauert ein bisschen und das schaffe ich dann heute nicht mehr das heißt die woche kein seasons und wir suchen die fehler vielleicht gehen wir auf die neue map und starten noch mal neu das seht ihr dann ab nächste woche wieder also ich wollte euch nur dieses kurze Infovideo geben bis dahin servus und reingau'n tschau tschau